Es ist wieder Solo Trials und natürlich versuche ich mal wieder flawless zu gehen im Solo Trials. Und nebenbei dachte ich mir, ey, ich habe Bock mal wieder eine Silikone rumzutesten. Ich habe dazu noch kein Video gemacht, deswegen ist das hier vielleicht sogar ansatzweise ein Video zu ihr. Kann man zumindest so sehen, wahrscheinlich mache ich noch ein eigenes Video zu ihr, denn es hätte mir echt Spaß gemacht zu spielen. Ihr seht mein Rolltron hier, erster Schuss mit Schnappschuss, Leichtsmagazin, Pfeilspitzenbremse, Masterwork Range und ich habe hier Meister-Zielen drauf gemacht, denn ohne das habe ich 20 Stabien, ob ich 20 oder 5 Stabien habe, macht jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied, bin ich ganz offen, macht eigentlich gar keinen. Dazu natürlich meine gecraftete Icolos. So spiele ich sie, so ist mein God-Roll, so werde ich sie auch immer spielen, auch wenn man hier vielleicht auf ein Besserter gehen kann. Ich finde Seraph Kugeln einfach viel, viel geiler. Ist meine Meinung, kann jeder sehen, wie er will, ich liebe sie so. Free and Grip einfach, weil ich sehr, sehr oft auf das Hüfte schieße. Wird man glaube ich sehen, ein paar Mal mache ich das schon, sagen wir es so. Heavy natürliche Erinnerungsban, ich spiele auf Friedenswächter für meine Icolos MP. Dazu noch eine kleine Frage an euch, bevor wir jetzt anfangen. Natürlich noch, ich bin auf Striker Titan, logischerweise, da hat sich nichts verändert, so wie in jedem Video. Und zwar, ihr wisst, alles was hier hochgeladen wird, entsteht live on Stream drüben bei Twitch. Deswegen ist die Frage, wollt ihr mal, dass ich den Chat mit einblende? Denn meistens muss ich sehr viele Sachen rauskarten, weil ich mit dem Chat rede und ihr habt natürlich auf YouTube hier keine Referenz, was, auf was ich antworte, was ich sage, usw. Deswegen cutte ich meistens meine Gespräche mit dem Chat raus. Ich könnte allerdings, wenn ihr das wollt, den Chat auch hier einfach irgendwo mit einfügen. Klein rechts, links, oben, unten, wie ihr wollt. Und würde das alles drin lassen. Denn jetzt zum Beispiel bei dem Video habe ich auf jeden Fall den kompletten Chat drin gelassen. Also was ich mit dem Chat rede. Deswegen, eure Meinung zählt, ab in die Kommentare damit und von daher, ab ins Gameplay, let's go. Oh nein, Mauer zum Glück hat den True Retouch. Ich wollte gerade sagen, unten sind auch noch welche. Beim Nade-Def hat er mich gestackt. Sad. Die Punkte sind nur ein Teil des Ganzen. Der Rest... Ah lol, die sind im selben Clan, die haben beide gecut. Oh, ich habe kein Schiller, kein Shield. Es ist nur noch ein Verbündeter übrig. Du warst gerade hinter mir. Es liegt jetzt in seinen Händen. Gegner wiederbelegt. Sein Verbündeter kann wieder kämpfen. Noch eine Minute. Normale Waffe wäre der Beste gewesen, als ich ihn gehabt hätte. Es ist nur noch ein Verbündeter übrig. Es liegt jetzt in seinen Händen. Diese Runde hat sich der Gegner geholfen. Easy, wo ist es? Ich wünsche einen schönen Abend noch. Man hört sich. Deine Gegner feiern ihre Führung. Mach ihnen einen Strich durch die Rechnung. Okay, warte mal. Ich habe mich noch nicht mal gesehen. Okay. Jetzt sind wir noch hinten. Noch eine Minute, meine Liebe. Dein Verbündeter kann wieder kämpfen. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Was? Das ist dein Verdienst. Allein deiner. Diese Runde geht an dich. Ich wünsche jedenfalls Bienen. Das andere Team führt. Nimm die Herausforderung an. Warte mal. Warte mal. Das sind Gegner oder warum? Ich schieße rein. Hä? Warum jetzt erst er tot? Noch eine Minute, meine Liebe. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Das Gegnerische Team ist besiegt. Du hast sie richtig aufgemischt. Und nichts hat ich mit der Heavy gedingst. Beide Teams liegen gleich auf. Diese Spannung. Ich liebe es. Ist das ein S aus so S-Krim oder E-Krim? Was geht? Guten Abend. Ach lol, er floated wieder. Das macht Sinn. Vielleicht nicht. Schade. Das habe ich vielleicht nicht haben können. Ah, ich habe keinen Schulter-Charge oder was? Ich wollte durch die Nails Schulter-Chargen. Damit mir eher gedamaged wird der Hunter. Ich hatte einen Schulter-Charge. Okay, wollte aber nicht. Aber warte. Ich hatte keinen Flinch und das war buiert. Das ist der One-Shot. Was? Es ist nur noch ein Gegner übrig. Noch eine Minute, meine Liebe. Warte mal, ist hochgelaufen, Loll. Also nur so, wenn die immer eine gewinnt, dann wir eine gewinnt, verlieren wir. Wir müssen die nächste gewinnen. Willst du mal kurz zeigen? Es ist Zeit, diesem Gleichstand ein Ende zu machen. Je eher, desto besser. Ich versuche, in den Flinch reinzuschießen. Weiter, du hörst mich. Ich würde ganz sagen, es lag nicht am Tython, aber es lag absolut am Tython, dass ich gewonnen habe. Jetzt gilt er. Ach, Mann. Obwohl, Ophidian hätte theoretisch von der Range auch funktioniert. Theoretisch. Oh, man ist zu spät. Man sieht meine Füße. Nein, wenn der Mille durchkommt, habe ich einen Trade. Aber Bladebrush ist auch schon mal etwas. Den One-Wonder. Noch eine Minute, meine Liebe. Irgendwo, tu, warte. Tool-Wonder was. Okay, gut. Nicht verkacken. Dankeschön. Schlag gemacht. Ah. Ah, okay, es ist zu spät. Sad. Als es mir das Naive wechseln, werde ich mir niemals angewöhnen. Schade. Stimmt, ne? Heute ist Montag, oder? Und trainierst hier, um dich der Dunkelheit entgegenzustellen. Halte dich nicht zurück. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Nice smelly fish. Das war nice smiley. Alles gut, alles gut. Das is my, this is my, this is my. Danke dir. Auf ein gutes Match. Und moin, guten Abend, je nachdem. Ihr führt. Dieser Kampf gehört jetzt euch. Oh, zum Glück war der Low. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Gegner wiederbelebt. Wir konnten zu rassen. Eine Minute, meine Liebe. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Ich habe doch rechtzeitig eingeschossen. Ich liebe es, dem Asien zuzusehen. Wahrscheinlich. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Hey, ich bin auch gerastet. Ich bin meinen Regenbogen. Wunderschön. Das überrascht mich nicht. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Nee, geht es nicht gut. Nice. Muss nicht gut gehen. Deine Feinde sind ausgeschaltet. Also ich kann sagen, Opening Shot mit Meister auf, auf, wie heißt das, Meister zielen. Das fühlt sich schon echt eklig, eklig gut an. Aber eklig. Aber eklig gut. Ich mag es. Aber das ist heavy. Hab ich daneben geschossen. Zum Glück aber auch. Ich liebe es, dir beim Sieben zuzusehen. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Gucken beide so böse. Das ist der entscheidende Moment. Hol dir das Match. Ich weiß nicht, warum. Ich dachte, diesmal kommen sie aggressiv. Oh, Snapping. Mit Bande. Ich wurde mit Bande gekillt. Das ist so frech. Nice. GGs. Ich wurde so mit Bande gekillt von Granatenwürfen. Das finde ich so frech. Du bist wie ich, Titan. Du weißt, deinen Kopf zu benutzen. Ich bin sehr stolz auf dich. Aua. Wenn ich noch den Hass vom Wiederschneiden wegbekomme, ist alles fein. Ah, freundlich. Ah, ich bin Stark-Stack-Bro. Oh Gott. Du machst das schon heavy, oder? Ich tue es, als wäre ich dabei, okay? Okay, richtig, richtig. Nicht keine. Erst One-Shot. Eine Minute, meine Liebe. Nice. Du hast deinen Gegner ausgeschafft. Der hat mir geholfen. Finde ich gut. Sehr gut. Ihr liegt in Führung. Jetzt nur nicht nachlassen. Ohne Schulter-Charge fühle ich mich so langsam. Da war eine Nate. Also. Die Frage ist, welcher pusht mich zuerst? Dein Verbündeter kann wieder kämpfen. Ich glaube, wir laufen gerade im Kreis nicht, glaube ich, nicht perfekt. Nur eine Minute, meine Liebe. Du bist auf dich allein gebetet, Witter. Sei stark. Fuck. Diese Runde ging an deinen Gegner. Nächstes Mal, meine Liebe. Gegner wiederbelegt. Dieser Blattstand muss ein Ende haben. Es heißt entweder du oder sie. Kämpfe. Ich habe meinen Schulter-Charge, den geht es wunderbar. Mann. Einer floated. Da habe ich nicht weiß, wo habe ich Angst. Ich gucke nur nach oben. Der ist unten. Der ist nur noch ein Verbündeter übrig. Es liegt jetzt in seinen Händen. Gegner wiederbelegt. Das war beklagt, dass wir es ihm wird. Aber ihr könnt wieder auf die Beine kommen. Sad. Ich war mir so sicher, es ist unten. Äh, unten. Nachladen. Durchatmen. Was mag, was mag. Ich kann ja nichts mehr sagen. Ach, Mann. Ey, du bin sad. Ich würde durchs Leid in den Arm schießen. Es ist noch ein Gegner übrig. Gut, das Match werde ich nicht carry. Finde ich aber fein. Du bist so ein Arschloch. Finde ich gut. Nice. Das war so frech. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Der ist mir näher gelaufen, ne? Also die hatten den Rechten schon. Doch, ja. Ich habe die anderen beiden, die hatten den Rechten. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich wusste ja, dass er durch den Tunnel kommt. So ist es ja nicht. Aber ich dachte, der Rechte hat überlebt. Aber nein, ich habe einen Killer bekommen. Bestimmt. Alles gut, alles gut. Alles tutti frutti. Jetzt noch zu tutti frutti. Jetzt kann man, ne? Liebst. Miline? Schade. Bro. Die Lichtsinsumine. Egal. Schade. Nice try. Macht nichts. Holt ihr einfach die nächste. Dieser Kampf muss bald ein Ende haben. Gib nochmal alles. Oh, wäre der geil gewesen. Ganz schön, bisschen ganz außen. Krass. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Nice. Runde gewonnen. Dein Team steht richtig gut da. Ich muss die nur low genug machen. Alles gut. Der ganze Plan. Jetzt hoffe ich, dass von dem Ball einen neulgert. Denn ich glaube, ich habe keine. Ja, mir dauert es noch ein bisschen. Nice. Nice, Black Rush. Floor, damit habe ich gerechnet. Gib ich zu. Das ich den nicht hätte, habe ich nicht mit gerechnet. Gib ich auch zu. Ihr müsst auch durchziehen. So, nun mal jetzt. Warum war man bis hier unten? Ich gehe mit der Maus nach oben. Mein Visier ist unten. Macht nichts. Hol dir einfach die nächste. Na gut, es haben die zwei Wells. Sie haben eine Blade Barrage. Das wird lustig. Allerdings. Ich muss nur drei Kills machen. Aber ich meine auch. Okay. Gut. Schade. Da kommt man von oben. Nein, einfach One-Shot. Please. Nein. Ja, let's go. Dieser Telefon-Mili hat mir so den Arsch gerettet. Auch wenn ich den Trade nicht rausbekommen habe. Dieser Telefon-Mili. Somit habe ich einen anderen zugebracht, so eine Blade Barrage auf mich zu werfen. Was halt einfach insane gut war. Danke, Game. Finde ich gut, dass du mir mal auch was Gutes tust. Indem du was Schlechtes tust, was gut ist. Ich frage mich, was Meta gerade ist. Prüfungen von Osiris. Meint ihr DMT? Bin mir noch nicht ganz sicher. Demnächst sind es zwei DMTs gegen zwei DMTs. Aber der Puls ist immer nicht eine MP. Funktioniert sie nicht? Bleibt zusammen, meine Vögelchen. Haben wir noch einen Titan? Beschützt euch gegenseitig und kennen unschlossen. Nicht drauf. Gegner wiederbelegt. Leute. Mit vielleicht nicht zuerst Mili. Aber ich dachte, vielleicht habe ich einen Knockout. Aber ich hatte schon keinen Knockout. Wie soll es sein, dass ich auf dem Arrange das meine? Es ist nur noch ein Gegner übrig. Noch eine Minute, meine Liebe. Dein Verbündeter kann wieder kämpfen. Gegner wiederbelebt. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Es ist aber so klar, dass es ein Dray wird. Diese Runde ist zu Ende. Du verschaffst ihren Geistern eine Menge Übungen. Ich muss gerade trinken und den geht dann. Dieser Kampfstand muss ein Ende haben. Das muss jetzt aus. Das heißt, entweder du oder sie kämpfe. Da flottet wieder. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Oh mein Gott. Durch die Tags wusste ich, ob das noch hochläuft. Du hast sie richtig aufgerüstet. Ihr liegt in Führung. Sollen deine Gegner dich jagen, so viel sie wollen. Ist doch schön, hä? Nein, der ist One. Er muss nur einen Schuss treffen. Er ist nicht mehr. Der Gegner wiederbelebt. Dein Team wurde besiegt. Aber ihr könnt wieder... Muss er entweder resten oder mit vorkommen. Eins von beiden. Aber ich hab sie ausgemacht. Aber es ist Zeit, diesem Gleichstand ein Ende zu machen. Je eher, desto besser. Aber es ist nur noch ein Gegner übrig. Ich war der Bait. Oh, der ist die Nate. So im Glück hat man schon die Nate auf. Alles gut. Diese Runde geht an euch. Aber so ist doch geil. So richtig schön schnell reingehen auf die Fresse. Man, hey, finde ich gut. Auch wenn ich den Spot hier gar nicht mag, wenn ich ehrlich bin. Weil ich keine Heldschutz treffe. Okay. Hat er die Beine drin? Ne, er ist 15,90. Als ob das One-Head ist. Okay. Da war der zweite Melee einfach keine gute Idee. Das ist One-Head. Ohne die Beine. Oder hat er sie drin jetzt nicht gesehen? Es sah nicht so aus wie die Beine zumindest. Ey, ne Shoot-Fell komme ich mit. Schade. Aber jetzt floated er da oben. Noch eine Minute, mein Lieber. Ich bin gebuddyt. Sein Verbündeter kann wieder kämpfen. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Eine Fresse. Die haben wir durch Aufsid verkauft. Ich werde gleich so gedmtet aus der Luft. Wenn ich nicht weiß es. Boah. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Noch eine Minute, meine Liebe. Der ist oben links jetzt. Der ist verbündeter kann wieder kämpfen. Spottied. Der ist am Boden. Das ist nicht so geil. Der war meint. Das hat funktioniert. Hä? 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 Schex muss er stolzhaft nicht sein. Noch drei. Auch die Anerkennung? Lass das nicht zu. Miteinander brauchen. Wir haben einen Freeze-Lock. Wenn er weiß, was er gemacht hat, dann ist es ein... echt Assoziale Kombi. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Ich bin ihm halt komplett egal. Er will lieber meine anderen beiden Mates. Wenn morgen Abend schon Eisenbahner... Ich stimmt, morgen Abend ist Eisenbahner. Können wir machen. Wir können direkt in Eisenbahner reinstehen, theoretisch. Neuinen Modus mal angucken. Bin gespannt. Wandel diese Führung in einen Siebel. Ich brauche dich aber später nochmal drauf. Aber ich hoffe, du bist noch ein bisschen da. Ja, genau so. Wenn du so einen Freeze-Lock hast, ist es richtig ekelhaft. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Dein Verbündeter kann wieder kämpfen. Let's go. Sie hätten es sich zweimal überlegen sollen, sich auf ein Feuergefecht mit... Warte mal, hä? Der ist außenrum gelaufen. Richtig, er ist nicht hier gespawnt. Ich glaube, mein Brain ist jetzt gleich einfach aus. Ich bin in Führung. Jetzt nur nicht nachlassen. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Warte mal. Noch eine Minute, meine Liebe. Er hat sich mit dem Schild gelaufen. Sie haben sich alle Mühe gegeben, dich zu erledigen. Aber du bist wie ich. Äußerst hafnäckig. Jo, easy. Das ist hier nur ein Pencil, nicht. Ihr liegt in Führung. Ich weiß übrigens eigentlich gar nicht, was ich von der Worte. Vor allem wusste ich es noch. Das ist ein zu kranker Flinch. Please, trifft ihn nicht. Noch eine Minute, meine Liebe. Warte kurz. Nein, ich kann schon zurück. Dem Tzweck sind auch zu lang. Eine Runde geht an sie. Aber du kannst dir die nächste holen. Gegner wiederbelebt. Ah. Ihr liegt vorn. Das überrascht mich nicht. Egal. Oh, smart. Hätte ich einen Zweinäscher getroffen, hätte ich ihn schneller gekillt. Viel schneller. Die stehen wahrscheinlich relativ weit hinten. Okay. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Ich weiß, er muss irgendwo in diesem Smoke sein. Ich weiß zwar nicht wo, aber irgendwo muss er sein. Kann man einfach reinsprayen. Hä? Ah, swap ich jetzt die Sniper? Komm, ich mach mal einen Clim mit der Sniper direkt. Ich find's auch schade, dass du nur die 5% dann bekommst fürs Hochleveln. Anstatt die normalen. Dass du nicht über dieses Level hinausgehen kannst. Das ist nur noch ein Gegner übrig. Nein, Kopi. Nein, Kopi. Nice, meine. Oh, ich war voll mit Muni. Ich hätte nochmal das machen können. Okay, das, 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 das war wunderschön. Ich wünschte, wir hätten gemeinsam an den 6 Fronten gekämpft. Level 9. Man hätte Legenden über uns erzählt, meine Liebe. Ja, was? Okay. Ich dachte, das war ich. Dieser Flinsch beim Aufkommen, ne? Gar nicht geil. Noch eine Minute, meine Liebe. Nein, please rest ihn doch. Es liegt jetzt in seinen Händen. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Gegner wiederbelegt. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Noch 30 Sekunden. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Gegner wiederbelegt. Diese Runde ging an deinen Gegner. Nächstes Mal, meine Liebe. Ah, sad. Aber das ist auch lange nicht, dass es so bleiben muss. denn das vorliegt glaube ich bin noch nicht sicher ist er nicht es ist nur noch ein gegner übrig eine minute er ist glaube ich durch ein eigenes ding gedamaged worden wurfmesse oder nee wurfmesse denke ich auch mein face gibt es auch okay dann boxe mich weg gewesen mit mir nicht connecte das so frech er nimmt gar kein damage weil er hat ihn nicht an alle üblich es liegt jetzt in seinen händen okay das ist ein gegner übrig beeindruckender sieg durch wird auf die karte kann wieder kämpfen der klante gerade von dem haute die die leute jetzt nur nicht nachlassen das wurden Habe ich nicht gerade links gesehen? Die Kugel, die Kugel. Mein Gegner übrig. Warte. Okay, das ist ein Müllriff. Kass. Ja gut, diesen Trick möchte nichts gegen die Mäste an der Revision 0. Der trifft gut. Muss auch mal sein. Ich lehne mich gerne mal zurück. Vor allem, weil es direkt das Match nach dem Match ist. Hm. Es ist nur noch ein Gegner übrig. Mein Leute, andere hat sich Spawn umgebracht, oder? Es ist nur noch ein Gegner übrig. Noch eine Minute, meine Liebe. Oh, schieße ich hin, alles gut. Das gegnerische Team ist besiegt. Du hast sie richtig aufgemischt. Rein theoretisch müsste ich die Waffe nochmal wechseln. Jetzt gilt es. Die 1 kann man das noch machen, ne? Der Gesamtsieg in der Tasche. Die hat ein Well und so. Jo. Der müsste aufgemischt worden sein, richtig? Noch eine Minute, meine Liebe. Da ist es. So geht das weg. Dann hat es sich gelohnt, erinnern zu gehen. Ui, 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 ui. Ach, ich wünschte wir hätten gemeinsam an den 6 Fronten gekannt. Man hätte Legenden über uns als jetzt, meine Liebe. Ja, ich wurde gecarriert von Trick, bin ich aber aufsichtfrei mit. Danke dir. Dann machen wir es halt so. Nice Teams. Dein Gegner ist eliminiert. Ihr führt. Dieser Kampf gehört jetzt euch. Du blöde Sau, Alter. Mir geht's gar nicht gut. Ähm. Oh, der ist uns nicht wahr. Zweiter kommt auch, zweiter kommt auch. Was? Ich war im Säck. Es findet er übrig. Es liegt jetzt in seinen Händen. Gegner wiederbelegt. Ja, ich genieße das jetzt mal ein bisschen und die machen das schon. Okay, 1-1. Es ist nur noch ein Verbündeter übrig. Es liegt jetzt in seinen Händen. Dein Verbündeter kann wieder kämpfen. Nice. Ich liebe es, dir beim Siegen zuzusehen. Sehr schön. Hier liegt vorne. Sehr gut. Boxbrüder ist halt nach dem Verschuss wieder aus. Bis zu einer gewissen Zeit, bis du zielst. Kein Problem dabei. es ist nur noch ein gegner dreht sich dann letztlich zu mir rüber peter kommt so angesgeltet der kampf ist noch nicht vorbei runde gewonnen dein team steht richtig gut da nimm dir einen moment zum durchatmen verwandle diese führung in einen siegüter nichts kann dich aufhalten solche shots darf ich ja nicht missen es ist nur noch ein gegner übrig sie hätten es sich zweimal überlegen sollen sich auf ein feuer gefecht mit dir einzulassen das ist ein ziemlich na gut ich habe keine moni jetzt aber das ist mir egal gegen fernken so aber für fernken muss ich mir kurz die beine wechseln von trade das ist nicht so geil alter habe ich mich verdrückt da unten ist nur noch ein gegner übrig noch eine minute das ist nicht so geil du hast deinen gegnern heute eine lektion erteilt du bist eine schonungslose lehrerin das ist nicht so geil